Ahoi, ahoi! Die Piraten sind wieder da! Ahoi! Diesmal wirklich mit dem roten Ketsu! Und nicht so ein möchtegern roter Ketsu mit einem Shungun-Kinder-Tower zusammen. Ja, das kann ich bestätigen. Steht da. Und meine Aufnahmequalität ist grad blendend. Irgendwie ein Frame pro Sekunde. Na ja, dann weckt's halt ein bisschen. Hehehe, schade jetzt. Ich bin dann nur euch. Hehehehe. Ich mein, uns kann's ja egal sein. Wir spielen flüssig. Eben. Besser einstellen. Flüssig wie meine Scheiße. Ja. Okay, äh, er ist wahrscheinlich wie immer dort, wo ich denke, dass er ist. Äh, wo bin ich denn jetzt? Achso! Ich dachte grad, ich wäre in einer ganz anderen Zone. Oh, jetzt ohne Scheiße, jetzt deckt's aber echt. Das kostet mich an. Ja, du hast bei mir auch grad gedeckt. Echt jetzt? Also, also deine Figur. Kurz, ja. Ja. Aber jetzt nicht mehr. So, dankeschön. Mach mal die Figur auch noch runter. Nur weil ich flüssig bin. Du hast ne Scheißfigur! Nichts. Das ging zu weit. Aaaaaah! Auf ihn! Ich bin zufrieden! Ah, und wisst ihr, warum ein Schwert anders aussieht als Science? Ist es ein weibliches Schwert. Deswegen... Achso, stimmt. Du hast ne... Ne, aber du hast wirklich nen weiblichen Charakter, gell? Ja. Deswegen sehen die Rüstlinge noch bei dir ein bisschen anders aus. Da ist er, aber ich gehst du! Höh! Panik! Da gehst du's hier an der Ebene! Höh! Höh! Komisch! Hier ist er! Okay, es lag grad zwar ein bisschen, aber dann wird das halt ein laggy part. Ist mir jetzt kacke egal. Boah, ich dachte schon, es liegt aber mein im Internet. Was? Laggen. Ich glaube, diesmal geht er jetzt hoch. Nein, aber nicht. Nein, das laggt bei... wegen Remotor Lights, deswegen. Achso. Nicht wegen, dass du hier so rumlagst oder so. Also normalerweise ist es so, wenn du nicht gegen den gekämpft hast und er flüchtet, geht er hoch. Aber ich bin mir nicht sicher. Äh, er ist hier bei mir jetzt grade. Wie? Kommt er wieder oder was? Ja, er ist wieder grad runtergekommen, ich kämpf schon gegen ihn. Boah! Number one von dir, wirklich. Ja. Und er spackt grad rum und macht die ganze Zeit um diese Attacken. Okay, ich denk mal in eine Schockfalle, ja. So zur Einstimmung quasi. Oh nein, bitte hau nicht ab, du Hohensohn. Halt! Diese Beleidigung hab ich grad nicht von mir gegeben. Ja. Haut er grad ab? Ich würde das so... Nein, er haut ab. Naja. Wetten springt er über die Schockfalle drüber. Ja, das ist immer so. Oh jetzt, Achtung! Nein! Ha! Gefail! Ja, schieß nochmal drauf, jawoll! Ich sollte öfters in Maru spielen. Willst du öfters in Maru spielen? Ja, genau das wollte ich sagen. Aber sowas ist halt echt scheiße, wenn man dann... Oh Gott, jetzt schreit er rum. Ich mach ja jetzt nochmal und ich bin auch tot. Ja bitte! Dann Krümmel ist jetzt... Dann Krümmel ist jetzt... Dann Krümmel ist jetzt mit äh... Quest nicht erfüllt. Oh, was will der denn jetzt hier, der scheiß Krebs? Hämitauern-Schwein. Ruhig hier, mach's nochmal. Das war natürlich geplant, dass ich hier durch die wunderschöne Landschaft laufen kann. Natürlich. Dass der Panic alleine kämpfen muss. Klar. Ja. Was sonst, ne? Ja, was sonst. Oh, jetzt wurde der Himitaura von seinen Blitzattacken getötet. Alter, jetzt regt's mich aber langsam auf, man! Es leckt die ganze Zeit. Nur am Lecken. Ich sollte mal vielleicht irgendwie ein bisschen was von meinem Computer löschen. Ich mein, ich hab nur noch 10... Ich hab nur noch 10 Gigabyte frei oder so. Vielleicht die 10 Videoprogramme, die grad was rendern. Er ist jetzt gleich in der Falle drin, gell? Mhm. Ah, hä, was war das? Bei mir war kein Donner außen rum. What the fuck? Da war kein Donner? Ich lauf hin, auf einmal flieg ich's weg. Sag, aber kann der jetzt mal in die Falle rein? Ich warte schon so 10 Stunden. Ich kann nicht hinten rum. Ja, das war jetzt echt komisch. Der Kehze macht irgendwie die Bewegung vom Donner, aber der ist kein Donner. Ohne Scheiß, der soll jetzt mal in diese Scheißfalle rein, sonst raste ich ja noch aus. Oh, da ist ein Hermit, da ist ein Hermit, der lebt. Huh? Ge weg. Komm jetzt in diese Scheißfalle. Komm jetzt hier rein, oder du kriegst so dermaßen einen auf die Schnauze. Oh, und hör auf mit der Attacke, man. Vielleicht geht's gar nicht zu können. Der soll jetzt hier unbedingt rein. Jetzt komm ein bisschen näher. Komm, gut, 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 gut. Ja, ja, nach 10 Stunden endlich. Und dann ist meine Waffenstärke gesunken. Ich glaub's auch. Und dann warte ich 10 Stunden darauf, dass er endlich in diese Scheißfalle reingeht und meine Waffenstärke sieht. Oh shit. Das wird schmerzhaft. Ja, ging eigentlich. Willst du eine Falle legen? Mhm. Oder warten wir lieber, weil ich glaub er haut jetzt ab? Hm, ich glaub noch nicht, oder? Wir haben noch nicht lang. Ich leg einfach mal jetzt. Okay. Was, hier haben wir gar kein Damage mehr? Jawoll. Und flutsch. Richtig schön reingeflutscht. Wie ein Penis. Okay, das würden wir wieder abpiepen. Okay, es leckt nicht mehr. Das ist schon mal ziemlich erfreulich. Es regt sich nur noch die Frage, wie lange es nicht mehr leckt. Am besten schnellen wir auch noch die Stelle raus, in der ich sterbe. So, äh, hier sind wir wieder. Wir sagen wirklich nicht, warum wir weg waren, aber hier sind wir wieder. Oh, jetzt ist er grad geflogen, ganz professionell. Ah. Ah. Vorsicht. Ja, jetzt schreit er, wahrscheinlich geht er auf mich und ich bin tot. Und jetzt macht er diesen, jetzt macht er diesen Donner. Ja! Nein! Nein, nein, nein! Oh! Alter. Was ist Glück? Ja, Glück! Das war keinen Nichts. Glück doch! Glück! Dass ich nicht lache. Oh, ja. So, jetzt haut er ab. Jetzt bebomben wir ihn gleich mal mit Fallen, ja? Mhm. Sobald er in der nächsten Zone ist. Der geht wahrscheinlich wieder da raus, oder? So wie immer. Und dann merken wir, dass es diesmal nicht diese geteilte Quest ist. Ja. Äh. Hätte ja auch nur einer von uns Quest-Info gedrückt, oder so, dann hätten wir es vor uns gemerkt. Aber egal. Die Quests schaden ja nicht. Ja. Man kann ja immer so ein random Zeugs gerochen. Okay, er ist ja nicht, aber vielleicht fliegt er jetzt hierher, keine Ahnung. Ja, der braucht bislang. Ja, weil er so fett ist. Ja. Aber ich mein, wenn er so'n Dorn-Winter-Schlaf hält, ich mein, und so sieht er auch aus. Dann ist ja klar, ne? Ah, da kommt er. Ah, wehm, ah, wehm, wehm, ah, wehm, wir hätten grad tanzen müssen. Oh. Da ist er. Da issa. Okay, soll ich meine Falle legen? Mhm. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight... Oh, fuck. Oh, fuck. Pass auf, pass auf! Dens ich stelle es nicht. Ja, ha. Pass auf, pass auf! Oh, uh. Oh, uh. Pabi ist irre nicht. Komm doch, komm doch, komm doch. Okay, das war dann eklig. Und kann ich voll auf... Ja, ich bin aber abgerutscht. Uh, geflutscht. Und deinem schleimigen Wurstkopf. Wurstkopf, Moment. Da liegt was schieb. Da fehlt irgendwas. Okay, kannst du eine Falle legen? Nicht... Okay, ja, okay. Merkel, nicht aussprechen, was ich denke. Merkel? Ja. Redest du von unserer Bundeskanzler? Dann eben. Oh, warte ich mich für erste Heile. Nicht, dass ich hier draufgehe schon wieder. Ey, ich meine, ich bin noch nicht draufgegangen. Das habt ihr nicht gesehen. Nein, jetzt müssen wir das auch noch rausschneiden. So. Ich glaube, die war ein bisschen ungünstig gelegt, aber egal. Und geflutscht. Ach, von wegen ungünstig gelegt. Ha, von wegen. Als würde ich was falsch machen, hallo. Ist halt bescheuert. Spaß. Immer wieder führen wir irgendwie auf den Tod zurück. Ja. Nein, aber dafür findest du überhaupt nichts. Ich meine, das ist scheiße, wenn du auf dem Boden liegst und dann machst du die gleiche Attacke nochmal drauf. Ja. Und irgendwie ist es auch leicht überheblich, wenn man denkt, man könnte da durchmoit, hallo. Ich meine, Ketsu, wir sind auf Highrank, okay. Niemand finde ich Leute. Töten, au. Das ist Ketsu. Das ist kein Kindergeburtstag. Doch. Oh. Ketsu ist Kindergeburtstag. Wir haben eine Ahnung bekommen. Legst du wieder, oder so nicht? Äh, ich glaub, dass er bald tot ist, oder? Hm. Okay. Ja, aber legst du ihn. Aber machen wir einfach mal weiter, oder? Leg schon, das kann gut sein. Oh Gott, wo legst du den? Achso, ne, dem jetzt. Ich sagte grad. Also so blöd bin ich auch wieder nicht. Ich leg sie in andere Zonen, wo er nicht drin ist. Ja. Weil da könnte er ja vielleicht hingehen, als nächstes. Hust, hust. Dass sie nicht kaputt geht. Dass sie nicht kaputt geht, genau. Ja. Denn Kinder merket, Fallen können kaputt gehen. Au. Nicht durch, nicht durch Regen. Nicht durch... Weil ich mein das jetzt... NEIN! Oh. Eure, ähm... Euer Trommelfell kann auch kaputt gehen, wenn ich so ein Ketsu so anscheite. Ja. Kinder. Merket. Schon wieder Merkel gesagt. Hey, Alter, guck dir mal diese hässlichen Wurstfößchen an. Kann der jetzt mal so gucken, wie als wenn er... Du weißt schon, wie er guckt? Wenn er kurz rumsteht? Ja, wo er einfach nur so rumsteht und einfach so rumfurzt. Kinder Merket. Merket, nicht Merkel. Der Ketsu steht drum rum, bevor er stirbt. Kinder Merket? Das ist damit unter der Sprache. Ja, ich... Immer wenn wir irgendwas zu mitteilen haben, dann... Ja. Denn Kinder Merket? Und wenn ihr bei seiner... Also... Ja. Der Ketsu... Äh... Der rote Ketsu heißt roter Ketsu, weil er... Dein Kinder Merket, weil er rot ist. Ich glaube, das hätten sie nie erfahren oder nicht. Ja, ich glaube, wir müssen schon mit intellektuelleren Sachen kommen. Okay. Ähm... Wir haben jetzt schon lang genug vergewaltigt. Das Video geht schon über 50 Minuten. So viel Zeit haben wir ja. Also... Genau 50 Minuten. Ja. Für die Quest. Den Kinder Merket. Jeder Quest geht über 50 Minuten. Außer die Tats... Ne. Welche Quests gehen nicht nochmal 50 Minuten? Die Schatzquests und... äh... Schatzquests und äh... Trainingsquests gehen, glaube ich, 30. Genau, stimmt. Trainingsquests. Tatzenpass? Wie dann gehen die? 50? Ja. Ich meine, da gibt's doch viel zu farmen. Ja, schon. Aber ich bin... Tatzenpass eigentlich nur im... äh... Vulkan. Hat mich mit seinem... mit seinem langen Wurst... Kopf... Hals... geohnt. Ja. Whatever. Bam! Autsch. Oh oh. Gut. Jetzt könnt ihr langsam sterben. Ja, irgendwie schon, oder? Ich wär dafür, wer noch? Äh... Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Dann würden wir uns noch 20 Minuten mit ihm vergnügen. Ich mag ihn. Denn wär mir eh nichts zu tun. Oh Gott, das wird scheiße. Boah. Was ist das, wenn ich abrolle? Willst du noch ne Falle legen? Okay. Deine Kinder merken, den Fallen... Sind gut. Den Fallen können sie schneller streiten. Willst du jetzt mal eine legen? Ja. Hm, jetzt könnte ich im Arsch sein. Voraussichtlich. Und tschüss. Okay, ich muss mir ne richtigen... Hier in dem kleinen Fluss müsste ich eigentlich noch mehr im Arsch sein, wenn der so'n Blitz macht. Ja. Oh, nein, 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 nein. Ach, ich dachte schon, legst ne Falle. Okay, wo haut der hin ab? Was denkste? Hm. In irgendeiner Höhle? In irgendeiner Höhle, ja. Hm. Brauchst du wieder nen heiß Getränk? Was brauchst du, was ich grad trinke? Kalt getränk. Verdammt. Oh, Rorschensaft? Ja. Oh, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Die Donnerkäfer? Hm, ne. Na gut, egal. Ich dachte, der hält hier jetzt an. Achso, hast du ihn geflasht? Hm? Hast du ihn geflasht, äh, nicht geflasht? Hast du ihn gepaintet? Nee. Das wär aber auch ne Idee gewesen. Wo ist denn der Kerl, Alter? Ja, ich hatte keine Paints dabei, von dem her konnte ich ihn nicht painten. Ja, ich würd sagen, teilen wir uns mal auf, ich lauf mal wieder zurück. Ja, Hauptsache du machst die faule Arbeit, gell? Ja. Während ich den Dunkel nachher auch sumpf nachher so. So lange machen wir jetzt diese Quest schon fast 15 Minuten, ist doch viel zu lange für uns. Also merket, Kinder, sucht euch immer ein Opfer, das die Drecksarbeit macht. Also merket. Sucht euch immer einen in eurem Freundeskreis, oder auch Mobbingkreis, der die Drecksarbeit für euch macht. Ja. Das ist ein Schatten, das ist ein Schatten. Bleib stehen. Ah, der will dahin, wo wir gerade eben waren, in Ebene 2. Äh, um zu pennen, schätze ich mal. Was sind das für ein Opfer, Alter? Fliegt einmal einen Rundflug und geht dann pennen, oder was? Ich glaube zumindest. Doch, die Kelmbeflüchtende kommt jetzt. Äh, wo denn? In die... Da, wo wir so lange gekämpft haben gegen den. Ja. Warte. Leg eine Falle auf ihn drauf. Oder unter ihn, meine ich. Auf ihn drauf wäre jetzt nicht so intelligent, aber... Oh, danke. Super. Hast du gut gemacht. Ja, nee, der hat nicht geschlafen. Okay, dann leg eine Falle. Hab ich. Dann merke es, Kinder. Okay, ich glaube es reicht. Ich glaube das mit den Fallen reicht langsam. Wir müssen uns mal andere Sachen einfallen lassen. Und... Tschüss. Dann merke Kinder. Ja. Zu viele Tipps... Auch nicht so gut. Zu viele... Zu viele monotone Tipps laufen nicht gut. Und er ist tot. Tot. Sieht doch aus, wie es wäre irgendein Fleisch... Wie es wäre... Moment... Es müssten passen... Sieht doch aus, wie scheiße voller Putsch. Er sieht aus wie ein riesiger fetter Penis. Rot auch noch dazu. Und diese Fallgrube sieht aus wie ein Kondom. Dann merke jetzt, Kinder. Kondome sind gut beim Sex. Ja. Auch wenn das jetzt nichts mit Monster zu tun hat, aber... Überhaupt nicht. Naja, also du, unsere Jäger haben bestimmt auch schon mal miteinander getrieben. Männlich, weiblich, weiblich, männlich. Aber ohne Scheiß, äh... Mir fehlt diese Sexualität in dem Spiel. Also... Es geht überhaupt nicht klar. Ja, genau. Es wird langsam langweilig hier. Ja. Für... Wer ist ein bisschen Monster dann? Und das sind die Opfer. Okay. Oh. Dann merke jetzt, Kinder. Denn wir spielen Monster Hunter Freedom Unite! Ha! Ha! Belassen wir's mal dabei. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Biatch! Und so macht man das, Leute. Am besten noch mit Wasserwerfen. Mit Wasserwerfen? Wasser... Werfern, genau. Mit Wasserwerfern macht ihr das. Wasserwerfen ist gut. Mit Wasserwerfern. Helles Extrakt. Oh, und zwei Wiefernsteine. Oh, und... Verkauft! Ähm... Idiot. Sorry, das musst du aber nennen. Ähm... Kein Problem. Kinder... Merket... Ich wollte grad fragen. Wollte grad irgendwas fragen. Ah ja, braucht man... Für... Mega-Säfte... Helles Extrakt oder Kraft... Ne, Kraft-Extrakt braucht man, gell? Kraft-Extrakt... Und Helles Extrakt, für was braucht man das? Für... Ich glaub für... Ne... Bei Mahfuse, ich glaub Dämonenmittel oder so. Ich bin mir nicht immer sicher. Oder Mega-Dämonenmittel. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall. Wegen so was. Naja. Ähm... Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part bei MHEU. Ciao. Jo, ciao.